Minuten weg. Das ist übel. Ja gut, wie hoch ich das hier mache, weiß ich noch nicht. Also das wird drei Jahre. Hier mache ich eventuell wieder so einen kleinen... So, dass man hier so rausgehen kann. So einen kleinen Balkon. So ein kleines Niki-Balkon fände ich ja schön. Ja, so in etwa. Ob ich noch eine Etage hoch mache, weiß ich noch nicht. Deswegen könnte ich machen einfach so hier, weißt du, wieder straight hoch. Aber hier wieder so ein kleines Wohnzimmer hin. Hm. Das wollte ich nicht. Hm, 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 hm. Ich brauche ganz dringend gleich Holz. Mein Holz ist alle. Äh, so. Ich würde ja Zäune rummachen, glaube ich. Hier Blumen hin wieder, so ein bisschen. Dass man hier nicht langlaufen kann. Wo ist mein Zimmer, ist ja noch die Frage, ne. Mein altes Zimmer ging damals in die Richtung. Gen, das muss ich überlegen. Gen Süden. Das wäre Gen Westen. Das ist Gen Nord, das ist Gen Osten. Aber von der Aussicht her würde ich sagen, in die Richtung würde ich gerne gucken wollen. Weil da hinten ist dann irgendwo das Dorf und so. Ja, doch schon. Ich habe kein Holz mehr, ne. Das ist kritisch. Ach so, warte mal. Mach ich das jetzt noch hier so mit so einem kleinen Hof, wo noch ein paar andere Leute mit wohnen. So Angestellte. So ein Schmied, der hier vielleicht mit arbeitet. Wäre eigentlich schon cool. Wohnfläche für mich und eine Schmiede. Man könnte folgen die Idee. Wenn wir jetzt hier eine Schmiede anbauen, so eine kleine, ne. Ich mache das Fenster vielleicht weg oder so. Wir bauen hier eine Schmiede an, eine kleine. Am Hof. Dass wir hier so ein, zwei Angestellte haben. Wie einen kleinen Schmied, der hier arbeitet. Und hier ungefähr bauen wir ein Wasserrad rein. Das ist alles nur andere Texturen und Blöcke. Und für Shader braucht man ein RTX 2060. Für Shader brauchst du keine RTX. 2060. Ich habe ja die letzten Jahre Minecraft auf einer GTX 79 gespielt. Also, du brauchst für Shader keine. Auf Bedrock schon. Das ist ja dumm. Das ist ja richtig doof. Ne, was ich sagen wollte. Dann bauen wir hier so ein Wasserrad rein. Und da bauen wir so ein kleines Aquälduck von da drüben. Das da drüben wie so eine Wasserquelle hier rüber kommt. Und das Wasserrad der Schmiede in Gang setzt. Und das Wasser wiederum fließt dann hier runter und hier rein. Dann sieht es so aus, als ob das so, ne, als ob hier der kleine Fluss dann so gespeist wird von der Quelle noch mit da oben. Das wäre halt voll die Idee. Da hätte ich ja so eine kleine Schmiede. Raytracing ist nicht Shader. Das ist zwei verschiedene Sachen. Ja gut, dann müsste ich jetzt fällen, ne. So ein bisschen. Okay. Die Bäume müssen wir dann wieder anpflanzen. Dringend. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann machen. Okay. Das muss jetzt alles erstmal dispawnen. Zack. Zack. Okay, das dispawn jetzt erstmal in Ruhe. Ich kann derweil das umcraften. Ich muss halt gucken, wie ich das dann auch hier mache mit dem, wie ich hier Treppen einbaue, ne. Da müsste ich ja schon so ein bisschen Stein machen. Eigentlich. Ich würde ich hier so ein paar Sachen rausnehmen. Ich muss jetzt ein bisschen Kobbelstone reinmachen, um dann so den Übergang besser zu haben vielleicht. Guck mal, ich muss nur noch übelst weit in die Richtung gehen halt. Und jetzt sind Doppelböcke gewachsen. Das ist ganz gut. Mehr Material. Musik. Die Lieder sind halt so unterschiedlich laut, ne. Das triggert halt schon ein bisschen. Das ist das normale Kobbelstone, ja. Da können wir hier noch normale Erde eigentlich hinmachen, so ein bisschen, ne. Ich muss mal mein Inventar ausleeren. Habe ich so das Gefühl. Eigentlich müsste ich den Weg hoch anders bauen, ne. Eher so mit Slabs. Das wäre halt übelst lang, aber... Das wäre halt besser. Eigentlich. Ich glaube, wir machen das mit Slabs. Da müssen wir aber so einen Weg so... So in der Kurve so... Sich hochfräsen lassen quasi. Aber das sieht, glaube ich, angenehmer aus. Auch angenehmer für so vielleicht eine Kutsche oder Pferdewagen zum Hochfahren. Oder zum Reiten. Dass man hochreiten kann direkt. Oh, einen Pferdestall brauche ich auch unbedingt. Unbedingt. Ich bin schon wieder seit über sechs Stunden live, ne. Das ist halt... Ich wollte gar nicht so lange streamen. Eigentlich. Aber okay. So. So. Ich will eigentlich noch Stardew Valley spielen. Eigentlich. Müsste ich eigentlich mal langsam anfangen. Kann ich die changen? Dann kann ich die ja nicht mehr zu Slabs machen, ne. Hm. Ey, das bringt nichts. Oder? Ja, warte mal. Dann baue ich die damit ein. So ein bisschen. Ich kann die dann zwar nicht immer einbauen, aber so ein bisschen. So. Hier könnte man zum Beispiel was einbauen. Hier halt wieder nicht. Ich will natürlich mit Erde ausbessern. Okay, warte. Jetzt brauche ich hier meine Schaufel. So. Dass man so ein bisschen die Abwechslung drin hat. Jetzt müsste ich eigentlich hier auch weg machen, ne. Eigentlich müsste ich jetzt so... sich langsam so ziehen. So. Ähm, zack. Die Rest muss man dann gleich wieder mit Erde auffüllen oder so. Die gerne Lücken. Die dann noch entstehen. Ja. Dieciht. Ja. Dann. Da haben wir so ein bisschen die Kurve rum. Hier müssen wir überall ein bisschen Erde nehmen, müssen wir alles ein bisschen anpassen, aber das geht ja schon. Der See wird eh weggemacht hier, das ist eh egal. Zack. Okay. So. Guck mal, das ist ein bisschen angenehm, da kann man zum Hof nämlich auch noch so ein bisschen so fahren. Gnicebrick, oh lol, das ist ja gar nicht... Oh lol, das ist ja komplett was anderes. Okay, das habe ich gar nicht gecheckt. Michael, mach's gut, schlaf schön und träum was Schönes. Dankeschön, ich wünsche dir auch eine schöne Nacht. Okay, warte mal, ich muss das... umchainen, ich muss was essen. Dringend. Ich bin nicht gleich lost. Okay, okay, oh no. Ach. Too much. Da gehen wir mal über die normale Erde hin. So. Ja gut, der Sand kommt eh noch weg. das ist egal hier hier so in etwa okay, warte mal, wenn ich das hier unterwegs mache es muss halt so ein bisschen smooth aussehen es muss so angenehm aussehen das geht kann man schon machen ja, ist okay, oder? das kann man so anbieten, denke ich jetzt kann ich einsammeln ich brauche was zu essen sonst gebe ich gleich um was soll ich hier da so ein bisschen was anpassen das stört mich nämlich, da fehlt noch irgendwie was jetzt halt die Frage ach so, hier wird es nicht ja, okay, verstehe ich wegen Holz was alles mit Holzverbindung hat wird das nicht dispawn wenn ich jetzt hier eine Schmiede hinbaue Mist gerade noch im Augenwinkel gesehen ah, verflixt, zu spät so eine kleine, schöne Schmiede Noah, hi wunderschönen guten Abend, dir mach ich einfach so fülle ich erstmal mit Erde auf wir müssen ja mal gucken, wie wir das mit dem Wasserrad machen ich glaube, der Bau muss halt auch weg wo ist alles weg oh ist das auch Koppel? okay, das ist alles Koppel ich muss jetzt aufpassen ich verwende ja die ganze Zeit irgendwie anderen Stuff noch aber hier mache ich mal ein bisschen was weg ich würde hier vielleicht gerne noch so ein bisschen Erde reinpacken so ganz normale Erde und hier an der Seite würde es nicht gehen da bräuchte ich dann halt könnte man hier sowas reinpacken na, vielleicht ich würde mal Stützen machen dann glaube ich direkt ein Dach ran okay, der muss weg der ist too much nein wie machte man denn nochmal das Wasserrad weiß das noch jemand? ich habe es vergessen es ist zu lange her da muss ich schon erst wieder gucken, wie ich das mache ja, dann hat man hier so das Wasserrad habe ich mir gedacht mal gucken, wie wir es da unten machen jetzt hat man hier so das Wasserrad dann vielleicht da ist natürlich schon die große Bereichsfrage das ist natürlich schon die große Bereichsfrage ansonsten schaue ich mir einen NoNameSmeet der hier mit bei meinem Hof quasi lebt und arbeitet da geht noch ein kleines Haus hier irgendwie weil ich hier drüben mal gucken oh kritisch erstmal bitte nicht ich brauche ganz dringend ein paar lagermöglichkeit das sieht irgendwie komisch aus ah, hier wächst so schon so ein bisschen sehr schön nee, warte mal das behalte ich mal lieber das kann erst mal weg sonst baue ich damit nur Blödsinn das ist ein Baum gewachsen ich bin voll stolz aber hier wächst keiner das ist richtig seltsam ja, wie mache ich natürlich die Schmiede, ne? große Preisfrage wie mache ich die Stützen die mache ich auf der Höhe hier also hier so ich werde hier das Wasserrad hinmachen, ne? das dann halt also am besten hier so dass man das so sieht dass das quasi in diesen da reinfließt sozusagen am besten so hier muss ja nicht mal das Ende der Schmiede sein, ne? muss einfach nur hier ist das Wasserrad das muss man so machen dass hier die Schmiede ist mit dem Wasserrad und dahinter ist das Haus vom Schmied neben meinem Hof so ein bisschen jetzt werden wir mal gucken, wie wir da einziehen lassen kommen wir hier so ein Tornrings rum jetzt würde ich hier das Fenster vielleicht wegmachen wo nur hier oben so eine kleine dass ein bisschen Licht reinkommt, ne? dass man den Schmied auch nicht so stört oder so dann kommt von da drüben so ein kleines Aquälduck mit so einem Wasserkanal das würde mir halt schon gefallen, ne? das sieht halt schon cool aus umgesetzt kriegt man das ziemlich gut, denke ich dann machen wir hier den Berg auch ein bisschen runter und da hat der Schmied, der Schmied hat dann hier sein Haus drauf der sieht dann den See da hinten den Wasserfall also das ist eine coole Stelle da würde ich vielleicht so Umfragen machen entweder im Chat also wenn es dann soweit ist im Chat oder im Discord für bestimmte Charakterrollen wer das da machen möchte ich würde halt dem Ganzen dann auch wirklich einen Sinn geben also der Schmied da kann man dann vielleicht irgendwie Eisen ne? dass du irgendwie dem Eisen bringst also ich will ja in dem RPG-Stil will ich festhalten den will ich versuchen jetzt auch richtig effizient umzusetzen also wenn ich zum Beispiel jetzt Erze mitbringe Ruhe bringe ich die zum Schmied und er schmiedet mir die um zur Eisenbahn das wäre halt schon cool die Frage ist mache ich hier irgendwie eine Tinkerschmiede noch mit hin oder einfach nur so ein Schmied quasi ich meine das ist ja hier nur ländlich ne und Magic und so und nicht so krass ich glaube ich mache das eher so gechillt hier müsste ich halt irgendwie ein bisschen was mit Stein hin machen ne? so ein kleiner Zaun hin machen und mir den Schmied da könnte man dann hier wenn der See hier weg ist macht man hier noch ein Weg ein Stück gerade hier sind dann so ein, zwei kleine Wohnhäuser vielleicht wo auch ein, zwei Leute von euch leben können die dann hier mit die Felder mitbestellen so die zum Bauernhof gut dazugehören quasi die Felder sollen ja noch größer werden ne? hier hoch noch ein Stück vielleicht den Berg noch hier weg bis zum Fluss und in die Richtung und in die Richtung noch ein Stück ein Apfelbaum ein Haien hätte ich auch gern noch hier muss auch noch Weizen hin ihr sollt es alle richtig schön haben so viel schon mal gesagt das soll richtig schön alles aussehen viele Details ich glaube ich mache hier schon mal so eine kleine Lagerecke hin ich glaube niemand hat angenommen bis die Felder so klein bleiben ich wollte es nochmal erwähnen für den Fall der Felder dass das nicht ganz deutlich war so und natürlich klassisch ja klassisch Lager das wird aber bloß so ein provisorisches Lager also äh das wird noch lustig jetzt müsst ihr hier irgendwas hinmachen dass das nicht so komisch aussieht ne? ein richtiges Lager da müssen wir ja noch machen irgendwo hin dann ein großes so eine Scheune oder so so gucken wo wir die hinmachen so richtig mit hier Barriers und allem drum und dran kann ich leider nicht craften gibt keine toll ich kann das damit ja toll es hilft mir nicht dass ich das verbrennen kann also Leani wird so eine Bardin müssen wir da mal sagen dann wenn es so weit ist wird so eine eine Geschichtenerzählerin nehmen wir mal da hin zack so machen wir es hier symmetrisch so Pfeiltüren konnte man hier noch nicht so benutzen wie bei uns ne? also wie in der 1 und es gab nur die Falltüren ah ist das traurig okay das geht aber hier geht es schon wieder nicht das ist halt schon wieder das ist etwas was mich essentiell an der alten Version stört in den neuen kannst du so geil die ganzen Sachen benutzen und verwenden das kannst du in der hier gar nicht das ist wirklich eines der wenigen Sachen eigentlich die mich stören der Rest ist eigentlich top in der nächsten Aufnahmesession müssen wir uns ganz schnell ums Essen kümmern vielleicht können wir uns noch ein bisschen Weizen holen aus Sanctuary wäre das okay ich meine Neuanfang ja wenn wir sterben dann bringt der Neuanfang ja nichts ich sehe schon kommen ich werde sehr oft das Sanctuary zurückgehen da oben noch das Haus ja ich denke es wird cool wenn wir hier noch so einen kleinen geheimen Pfad machen vielleicht hier so der hier an der Seite lang geht hier so eine kleine Brücke rüber der vielleicht da hinten lang geht als ob du jetzt verhungerst ich habe nicht mehr viel zu essen das ist schon also fast guck mal ich muss schon wieder ein Brot essen das ist schon krass ja ich übertreibe es lass mich lass mich auch ein bisschen melodramatisch sein äh bitte wie ging denn das das hieß wie hieß das nee im ersten Fingst hieß das hier okay okay ah ich weiß aber ich sprinte gerne ich bleibe halt gerne in Form ich habe jetzt überlegt ob ich jetzt ein Gummibärchen esse so richtig schön ich brauche da Zeug das habe ich im Keller im Haus von Sanctuary noch im ersten Haus das könnte man sich holen den Ofen und so würde ja auch gut zum Schmied passen so ein bisschen ne könnte man eigentlich machen ach so das sind Setzlinge und Co dann mache ich das hier so weg dann kommt hier so ein schönes Hütschen hin oder man braucht es neu ja oder man holt es sich aus Sanctuary da steht es rum und wird nicht benutzt das wäre echt schade ja lass mich ich bin mir um keine Ausrede zu schade ich weiß nicht mehr wie man das macht wie wo muss ich da anfangen okay wo wo muss ich da anfangen also ja warte mal nein stopp ja ja die werden aus dem Zeug okay das heißt ich brauche einfach nur ich brauche nur das das mache ich aus diesem Ofen ich bin durch ich habe gerade was anderes gelesen alles klar wie stelle ich den Ofen aber her ist die Frage Page 2 das hilft mir nicht wie mache ich diesen Ofen warte mal das Wahn welche Steine Wahn hast das Wahn wo sind die hier Cobric genau ah oh scheiße ich erinnere mich warte mal das konnte ich craften ah die habe ich auch in Sanctuary ne die habe ich in Sofa-Garde scheiße die habe ich im ME-System gelagert so wäre das okay also keine Abstecher ich meine ne wenn wir mal wandern gehen und man wirkst du vielleicht beim ME-System oh in dem ME-System ist ja krass was denn da drin wäre das denn so schlimm ich habe einen Kompromiss ich gehe offscreen auf eine riesen Wandertour und gucke ob ich das ganze Zeug finde wäre eine Alternative ich biete euch die Alternativen an das erste kriegt man nachher habe ich warte mal ist im Fluss Ton mach wie du magst ich weiß nicht dann fühle ich mich auch wieder schlecht ist hier im Fluss Ton ja das hilft mir sehr im Fluss Ton warte ich bräuchte im Bett ne gab es hier Schafe es gab Schafe glaube ich irgendwo ja die die mordlustigen Schafe da hinten wow wow ähm Schafe ich sollte sowieso sowieso hier mal pennen damit ich meinen Sporn hier setze da ist ein Schaf ja und hier hinten geht es dann durch und da geht es dann hi gib mal Wolle und hier geht es dann durch hier quasi hier hinten durch zum Dorf hi gib mal Wolle oh ich höre doch noch ein Schaf das ist ein Huhn da da ist ein Schaf der sich versteckt her damit okay aber ich kann nicht ich muss rennen die Musik ist unheimlich die brauche ich für Höhe die hilft mir jetzt nicht wir machen gleich bei aber ich weiß nicht ob es ich mach gleich bei ähm bei Statue Valley mach ich Pokémon Musik an es ist so viel Pokémon hä hä hab ich mir zwei gemacht so wann hab ich zwei hab ich schon die ganze Zeit zwei hab ich nicht gecheckt okay why not hab ich noch Holz dabei ja du 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 ja ja ich habe Bettchen mein Zimmer würde ich denn hier oben drüber machen mit Blick in die Richtung äh ne hat's nicht also das Wasserrad ist rein dekorativ das Wasserrad möchte ich einfach hier hin machen weil es eine Schmiede ist rein dekorativ ne ne das hat keinen Sinn wie gesagt ich will von der Technik ein bisschen weg ich will von den Mods ein bisschen weg ne wirklich nur das Nötige warum warum wollte ich mir ein Bett machen warum wollte ich mir ein Bett machen ich weiß es nicht mehr ich will ein Bett machen um die Nacht zu skippen ne toll ach Gott aber ich will sagen für die Aufnahmesession war's das jetzt erstmal und wir gucken mal äh die Tage wann die nächste Session ist und dann mal gucken was ich hier mache das Problem ist wenn ich mir das aus Sanctuary hole fällt aufhören wieder ein Sanctuary und das ist weg achso ich wollte ich wollte gucken ob ich hier Ton habe warte mal wenn ich hier Ton habe habe ich ja schon die halbe Miete warte mal ist das Musik schon wieder so arglaut ne einmal so richtig leise und dann auf einmal so muss man nicht verstehen habe ich hier Ton ne hier habe ich nur Sand ja gut ähm that's a problem habe ich im im ja vielleicht im Tümpel hier warte mal guck mal das sieht voll cool aus oder mega gut da machen wir so eine Grotte rein oder so also Gravel ne ich würde mal sagen na doch warte da 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 hier okay Ton haben wir also hey hier aber da Moment 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 Okay Ein bisschen Ton habe ich Jetzt brauche ich bloß noch Sand Stein Obwohl das ist hier anders Das ist kein Wüstenbiom Das sieht aber schon aus Da kann ich gucken gehen Ob ich Sandstein kriege Kann man Sandstein nicht selber craften? Da war doch was Also ich brauche Auf jeden Fall Ich habe die Hälfte von Clay Jetzt unten gelassen Kann das sein Die Hälfte treibt da noch wahrscheinlich Warte mal Okay, dann gibt es mir noch mehr Clay Ich muss nur gucken, wo Ah, ich habe was gehört Ah, guck Ja, alles klar Das hilft mir nicht Ich weiß nicht, wie es hier ist Bei Life in the Woods Der Tümpel ist cool Der gefällt mir echt Und hier machen wir dann so einen Durchbruch zum Ozean Mein Tastator hat sich gerade verabschiedet Das war letztens bei Fasmo so Boah, war das schlimm Bei Fasmo hat ich auch mein Tastator letztens so kurz so abgeschalten Mitten in der Jagd, wo die mich durch das Dings gejagt hat Boah, da war ich Da war ich unter Panik Ey Das tun Da hatte ich aber Puls, sag ich euch Geht mal bitte weg Ich brauche das hier So Das muss ich wieder auffüllen hier Das sieht sonst nicht so schön aus Okay Äh, kann ich noch was reinsetzen? Erde Okay, perfekt Und So Oh, habt ihr das gerade gesehen? Ich hab wieder Oh, guck mal Guck mal, mach ich mal auf Ich muss aufquallen Guck mal, das qualmt Also ich würde da hochhopsen Der Kamin qualmt Der Kamin qualmt Ich hab fast viel zu Hause Kommst nach Hause Kamin ist schon an Weil gekocht wird unten Nein Wird nicht gekocht Aber immerhin Also Prinzipiell Okay, dann versuche ich das selber herzustellen Okay Ist natürlich wieder Learn by doing Oh, das wird lustig, Freunde Das wird lustig Das wieder alles zu lernen Wird echt lustig Wird anstrengend Gut, aber dann würde ich sagen Sehen und hören wir uns In der nächsten Folge Bis dahin Tschüss Bis dann Bis zum nächsten Mal.